Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker und jetzt bin ich auch nicht mehr alleine. Ich hab den Amde bei mir. Hallo zusammen. Hallo. Und der Amde geht mit mir jetzt alle Orte nach, die ich Schussel vergessen hab. Ja, mir wird ja unterstellt, ich hätte das Spiel gesuchtet. Nein, hat er überhaupt nicht. Und ich lauf hier grad auf Capogrande, ist das glaub ich. Jupp. Ja. So, und der Amde sagt mir jetzt, wo ich was vergessen haben könnte. Ja, zum Beispiel auf Präludien. Präludien. Da saßt du, da gibt's noch Herzteile, ne? Ja, da gibt's einmal das nach den 50 Ebenen und da gibt's dann noch einmal das nach, äh, wo du bei dem Schwein buddeln darfst. Das, ähm, ja, das mit dem Schwein können wir machen, glaub ich. Ja, das mit den 50 Ebenen dauert etwas lang. Ja, und, äh, das mach ich dann andermal. Jo. Vielleicht auch auf Screen. Mal schauen. Ihr kennt ja die ersten 30 Ebenen, ne? So. Du hast doch wahrscheinlich irgendwo da dieses fette Schwein, oder? Ja, ich hab die Schweine am Anfang auf jeden Fall gemacht. Äh, Präludien war oben. Präludien ist ganz unten links. Unten links? Ach ja. Okay. Oh Gott. Ja. Ja. Was wären wir nur ohne diese Melody? Mhm. Sehr lange unterwegs auf einmal. Dann bist du sowieso bei dem Spiel. Ach, Quatsch. Also, so. Ähm. Heute ist die Musik doch ein bisschen laut im Moment. So, Steff. Ähm. Da ist Präludien. Dann, ja, das da vorne, das da groß vor dir ist. Das könnte sein, oder? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Und ich dreh den Wind nicht, aus Prinzip. Ja. Das ist, das wird jetzt viel länger dauern. Ja. Mit dem Schweinbuddeln, sagst du. Da brauch ich Futter für, ne? Ja, soll ich dir sagen, wo ich glaube, dass das Herzteil war? Das war am Strand, in so einem schwarzen Fleck, ne? Das war ganz oben auf dem Berg in dem schwarzen Fleck, wenn ich mich recht erinnere. Oben auf dem Berg. Hallo, Terry-Händler. Oh, Wind. Dann muss ich das Schwein da hochtragen, auch noch. Mhm. Oh mein Gott. Ich könnte ja mal eben sheeten. Spicken, meinst du wohl eher? Ja. Das hört man gar nicht, oder? Äh, nein. Gut. Dann kuller ich mal den Berg hoch zu dem Schwein. Ja. Präludienherzteilung. Boah, das Schwein ist fett geworden. Boah, ist das Monster geworden. Jep. Komm her. Das ist, äh, ein bisschen übertrieben. Wow. Sagst du, ohne Kraftringen würde das gar nicht gehen? Oder wie war das? War das ein Ring, ja, ne? Mhm. Wow. Jetzt muss ich hier runterlaufen, ernsthaft. Kann ich das schmeißen? Auf dem Berg zum Wald. Also auf dem Berg zum Wald ist angeblich das Herz. Verzeiht mir Schwein das, wenn ich das hier runterschmeiße. Ich glaube, einmal verzeiht es dir, wenn du es wegwirfst. Oder zweimal. Irgendwann sagt es dann halt, äh, Wow. Wow. Was ist das? Das ist ja richtig geil. Wow. Bei sämtlichen Aufnahmen hier wurden übrigens keine Tiere verletzt. Nein, es ist normal auf den Füßen gelandet, hat man doch gesehen. Wie episch das vor allem auch, diese Schweine. Wow. Irgendwie. Egal wie rum man es hält, es sieht immer richtig rum aus. Jep. Es sieht halt so aus, als würde es gerade so seine Arme so in den Rücken nehmen. Oh nein, das wird sie schlafen. Oh nein. Scheiße. Was mache ich jetzt? Jetzt wartest du bis das Schwein. Ich kann schieben. Jetzt wartest du bis das Schwein an Land ist und nimmst es dann wieder mit. Nein, das braucht so Ewigkeiten. Richtig. Nein. Oh, ich kann ja nicht schwimmen. Stimmt, da war was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre wichtig, wenn du... Oh mein Gott. Ich habe das Schwein weggeworfen. Das ist das Ding eigentlich für eine Pussy, dass er nur so kurz schwimmen kann. Warum hast du das Schwein eigentlich weggeworfen? Ich habe mich verdrückt. Wie so oft bei dem Spiel. Kann ich da drauf langen? Nein, es wird weg. Schade. Das ist wie du Schweintrollen willst. Du musst dir das Schwein vorstellen. Es wird erst aus einem Stall gehoben, dann eine Klippe runtergeworfen. Dann ins Wasser gehauen, ey. Und dann versucht noch ein Irrer vom Wasser aus. Wie es hoch treibt, hast du gesehen? So, jetzt laufen wir nochmal da. Oh Gott. Es geht schnell, oder? Ja, total. Gut, dass ich dich dabei habe. Oh ja. Tipp, 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 tipp. Der Arm, der hört die Musik ja leider nicht. Ja. Tipp, 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 tipp. Und die 99 Pfeile hast du schon, sehe ich gerade. Das ist schon mal schön. Ja, den habe ich aus Zufall gekriegt, wie ich alles aus Zufall gekriegt habe. Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Hast du denn schon die Baum-Quest gemacht? Natürlich nicht. Haut das Schwein ab, wenn es zuckt? Nein, ne? Glaube nicht. Aber ich glaube, nachher Zeit wird es böse. Dann soll es böse werden. Marischaschleck draus. Du weißt, dass Schweine das O-Peste sind in diesem Spiel, oder? Ja, genau wie die Hühner in den anderen Seilers. Oh Gott. Schweins. Es sieht halt einfach so gut aus. Sieht halt so bescheuert aus. Und ich hoffe, das ist wirklich da oben. Also hier steht es nochmal. Schwein, bleib ruhig. Früher warst du viel toller. Ich hätte dich früher schon da hochtragen sollen. Dann wärst du da oben aufgewachsen. Da oben den Käfig im Maul. Vor allem, was hat die Frau mit dem Schwein gemacht? Guck mal, wie fett das ist. Äh, das war mehr als nur Futter. Vor allem habe ich drei Schweine da reingetan. Das ist mit den anderen zwei passiert. Warum denkst du, warum das jetzt so groß ist? Hm. Hast du noch gar nicht mit den Leuten geredet? Jetzt noch nicht, nein. Da musste man echt mal mitreden. Dann sagt nämlich die Frau die ganze Zeit, die anderen beiden Schweine sind uns entkommen. Und dann der Junge, lecker war's. Das ist so geil. Ja, was mit dem Schwein wohl auch passieren wird. Ja, da haben sie auch gesagt. Da kommt auch so ein paar Andeutungen. Das Vieh ist aber auch fett. Wirfst du es dann von oben ganz oben die Klippe runter? Ja, klar. Das sollen nochmal so geile Saltos machen wie vorhin. Und dass wir auch in den Wusten landen. Ja. Die haben hier schon so einen Spaß, ne? Ja, mit so einem kleinen, dicken, fetten Schwein hier. Gut, dass ich immer länger aufnehme und nicht nach 15 Minuten beende. Ich hätte jetzt in den 15 Minuten nur ein Schwein hier den Berg hochgetragen. Oh ja. Oh mein Gott, wir werden von Bäumen aufgehalten. Schwein. Boom. Oh nein, 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 nein. Bleib hier. Bleib hier. Es tickt aus. Und wie es sich wieder durch die Gegend tragen lässt. Es sieht einfach so episch aus. Habe ich auch Futter dabei? Das wäre natürlich jetzt richtig fail, wenn ich gleich Futter dabei hätte. Oh gut, habe ich. Ich habe hier so Spaß mit diesem Schwein. Das kommt auch noch auf dich zu. Oh nein, das hast du noch nicht gemacht, ne? Hm? Hast du noch nicht gemacht. Ach nee, du hast den Kraftring noch gar nicht. Ich bin gerade mal beim ersten Tempel durch. Da war was? Ja, ich müsste mal wieder aufnehmen. Auch zu zappeln. Auch zu zappeln, nur weil ich dich einen Berg hochtrage, heißt das nicht, dass du nervös werden musst. Der kleine Link, weißt du? Ja. Komm, wieder guck. Guck mal, ist das ein Ohr da hinten? Ja. Oh, ich hoffe nicht. Aus der Perspektive sieht es dann doch anders aus. Sieht lustig aus. Oh Gott. Link, gleich hast du es geschaut. Oh, jetzt ist es runtergefallen. Gleich schmeiße ich es aus, dass wir den Berg runter. Ups. Oh ja, bleib ruhig. Da ist die schwarze Stelle, da müsste das Herzteil sein. Das ist auch in der Herzform, fällt mir gerade auf. Ja. So ein bisschen. Mhm. So, das Schwein jetzt ganz vorsichtig ablegen. Ganz vorsichtig. Und Futter hinschmeißen, ne? Ja. Theoretisch sollte da jetzt ein Herzteil sein. Wow. Kann rubieren. Hm. Guck mal auf dem Berg, ob es hier noch mehr schwarze Stellen gibt. Wenn das Schwein mir nicht da runterschweigt. Nein! 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 Ich zitiere. Geht zu eurer Heimat in diese Präludien. Geht aus dem kleinen Stall, in dem ihr früher die Schweine reingeworfen habt. Nehmt das große Schwein und tragt es zu den dunklen Stellen auf der Insel. Werft Universalfutter hin und der Schwein beginnt zu graben. Auf dem Berg zum Wald ist auch eins. Das ist so. Das kommt nicht weg. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss nochmal von... Oh nein, dann mache ich das einen anderen Mal ohne Scheiß. Guck dich mal, ob das noch eine andere schwarze Stelle gewesen wäre. Den hättest du wahrscheinlich mehrmals da graben müssen. Aber das steht hier definitiv. Aber das hat eine Herzform. Von daher gehe ich aus, dass das hier war. Ich habe noch nicht richtig gebuddelt wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du noch nicht richtig getroffen. Ja. Oh, das dumme Schwein. Denkst du da immer noch? Wie eben, wenn du vor allem nach da hochgeguckt hast. Scheiße. Wie auch dieses Schwein so an... So zwei Sekunden an der Klippe stehen blieb. Ja, und ich wollte es gerade hochheben. Und dann denkt sich... Nee. Okay, was... Ja. Wir sehen uns mal die schöne Aussicht. Ich ziehe mir jetzt mal ein paar Herzteile aus dem FF. Was hätten wir denn alles? Ja, bitte. Wie viel der Wind? Wo ist mein Schiff? Da. Herzteile. Was hätten wir denn für die Herzteile für dich? Hast du denn die ganzen Tauschquests? Ah, egal. Nee, die... Oh, die verweich mir noch. Ich habe den fliegenden Händler schon gesehen, aber... Ich habe noch nichts gemacht. Hast du denn schon 20 Goldfedern gesammelt? Nee, das... Das muss ich auch noch machen. Ja, dann... Was hat man denn noch? Du... Hast du denn die Briefe schon einsortiert? Gibt es da auch eine Herzteile für? Äh, du musst 25 schaffen. Und? Und? Äh, also du musst es 25 einmal schaffen. Wow. Du musst 25 einmal schaffen, dann musst du 25 nochmal schaffen und dann kriegst du eine Herzteile. Das schaffe ich nicht im Leben, aber ich kann es gerne versuchen. Ich habe es schon zweimal geschafft. Ja, also zwei Hätze noch auf Draconia. Ja, einmal die 20 Goldfedern und einmal den Postboten. Bin ja schon froh, dass ich diese Kampfgürtel habe. Ähm. Hast du denn das auf Ichdusk schon? Nee, da habe ich noch gar nichts. Da ist nämlich... Wenn du von dem Deku-Blatt... Wow. Da ist ja so eine Insel. Craps, mach keinen Mist. Craps abgekackt? Nein, Craps hat komische Sachen gemacht. Mein Bild wurde auf einmal schwarz. Aber das in der verwundschenden Bastion hast du dir geholt, ne? Äh, das wäre? In der Zelle? Sonst darfst du da mich auch nochmal hin. Weiß ich... Ja, ich glaube schon. Wieso bin ich jetzt bei 8 Frames? Irgendwas stimmt hier nicht. 19? Irgendwas läuft hier gerade schief. Äh... Äh... Was läuft? Ja, mit 10 Frames kann ich nicht aufnehmen. Hm. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Okay. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, die Lags sind behoben. Hoffen wir es doch. Ja. Ich glaube, Skype hat rumgemuckt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe zum Glück in der Zeit nicht nachgeguckt, wo es noch Herzen geben könnte. Ich habe mit der Arm den nicht gemacht. Ne, Quatsch. Jetzt bin ich sogar bei 40 Frames. Wow, jetzt mag Frames mich wieder. Äh... Wie viel Goldfeder an hast du denn? Goldfeder habe ich... 13. 7 brauchst du noch. Was kann ich eigentlich mit den restlichen Glücksamuletten und Totenkopfketten machen? Und den Gürtel? Kannst du beim Terry verkaufen. Yay! Äh, Moment mal. Gürtel, du hast aber schon... Ja, habe ich die ultimative Technik schon. Okay. Hier, Ihmchen. Oh, ich habe übrigens noch ein Herzteil auf Präludien für dich. Aber das ist... Was passiert denn hier schon? So, okay. Und? Aber das Herzteil auf Präludien ist echt nervig. Was wäre? Die schlagt Orca 500 Mal, bevor er mich drei Mal getroffen hat. Ich schaff 300 Mal schon nicht. Ja. Was hast du denn hier? Äh, du bist nicht von hier, oder? Nein. Äh, doch bin ich. Ich habe auch einen Schnabel und Flügel. Jetzt muss ich tatsächlich den doofen alten Weg wieder hochgehen. Oh, nein. Nein, musst du nicht. Nee, nein. Geh mal zurück. Du hast doch den Felsen da rumgesprengt. Ach, Moment. Ich kann die Dinger wegziehen, ne? Genau. Da, da, da. Da war was. Brrr, kletter doch da. Hey, hättest du mich nicht gehabt. Dann hätte ich wieder Umwege gehen müssen. Ja. Stimmt, da war was. Die Dinger kenne ich ja schon. Ich war ja schon auf der Minecraft-Insel. Ach, du meinst die Treppstieg-Insel? Genau. Hast du denn da schon das Herzteil geholt? Äh, ich hoffe. Oben ist eine Kiste drauf, das meinst du, ne? Ja. Ah ja, das habe ich ja gesehen. Da war ja was. Ich weiß nicht, wo Medoli ist. Merkwürdig. Dabei habe ich dir doch extra diese Blume gefüllt, um sie zu überraschen. Tja, die ist weg. Die siehst du nie wieder. Ja, die ist weg. Die ist, ja. Die hat jetzt Spaß mit dem Terror-Tempel. Die feiert der wilde Orgien. Mein Herz. Nein. Oh. Oh, oh, oh. Sowas passiert mir täglich. Oh, wow. Okay, jetzt fragt sich wohl, kriegst du sieben Goldfedern? Du musst die Tasche ziehen, natürlich. Ja, dann kannst du jetzt erstmal... Ich finde, Goldfedern ist das Schwerste, was du hier sammeln kannst. Ja, da rechts, die Frau. Da. Die. Die da rechts neben der Tür steht. Ja, die will die Federn haben, meinst du? Genau. Und wenn du die da gibst, dann... Das ist ja keine Frau, das ist der Typ, der dir Frau geben will. Ist das ein Typ? Ja. Okay, dann ist es ein Typ mit... Komischer Aussehen. Ich hab ja selber keine Ahnung, warum sie aus der Golffedern will, aber naja, Frauen halt. Ja, den hab ich ja schon mal vorgelesen. Ja, okay. 20 Stück wollte der. Hab ich nicht. Um, okay. Untertitelung des ZDF, 2020